Herzlich Willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem heutigen Video geht es dann doch noch mal um einen Aktienkauf, den ich im November getätigt habe. Und zwar hat Cisco Systems Zahlen veröffentlicht und die sahen soweit auch in Ordnung aus, die schauen wir uns gleich natürlich auch an. Allerdings war der Ausblick nicht so wirklich schön und dementsprechend ging es hier mehr als 10% bergab. Und ja, ich habe jetzt erstmal 20 Aktien aufgesammelt, dadurch dass diese Position ja im Grunde noch nicht bestanden hat, was 880 Euro ungefähr waren, die ich investiert hatte, wofür ich ja auch auf meinem Scalable-Verrechnungskonto noch ein bisschen Geld liegen hatte, was jetzt wieder auch deutlich kleiner geworden ist. Das heißt, mit den etwas größeren Käufen war es das dann jetzt auch, die nächsten Monate wird es dann wahrscheinlich ganz regulär weitergehen. Meine Sparpläne nochmal ausgeführt, hier und da mal in Einmerkauf, allerdings dann nicht mehr so in der Summe, wie es die letzten 2-3 Monate der Fall war. Ja, und dann schauen wir, wie gesagt, einmal in die Quartalszahlen von Cisco rein und man sieht hier einmal das erste Quartal 2024. Cisco hat ein schiefes Finanzjahr, also da ist jetzt gerade das erste Quartal rum und das war soweit in Ordnung. Also man hat 14,668 Milliarden an Umsatz generiert, ist damit etwas geringer als im vierten Quartal 2023. Allerdings gegenüber dem Vorjahr hat man ein ordentliches Wachstum hinbekommen und bei den Margen sieht es ähnlich aus, die auf absoluten Höchstwerten sowohl gegenüber dem Vorquartal wie auch dem Vorjahresquartal weiter gewachsen, was natürlich immer schön ist. Wenn man sich das über die verschiedenen Sektoren bei Cisco anguckt, sieht das auch sehr ordentlich aus. Gerade der größte Bereich Networking mit 10% ordentlich gewachsen, kann mit der Inflation Schritt halten, die in den USA ja aber auch schon wieder sehr stark zurückgelaufen ist. Ansonsten gibt es ein paar kleinere Wachstumsbereiche, die aber auch von der Gewichtung her kleiner sind und so kommt Cisco im Schnitt auf 8% Wachstum, was wie gesagt ganz ordentlich ist. Also an diesen Zahlen hat es bisher nicht gelegen und auch auf der nächsten Folie sind die quasi nochmal zusammengefasst. Also was nochmal ein bisschen dazu kommt ist, dass das Ganze runtergerechnet wurde auf die Earnings per Share, die haben wir mal hier unten einmal und da konnte man das gegenüber dem Vorjahresquartal um 29% steigern von 86 Cent auf 1,11 Dollar. Also auch das ist sehr ordentlich, gerade für Cisco, die ja bekanntlich nicht mehr ganz so schnell wachsen, sind das sehr, sehr gute Zahlen. Und ja, woran es scheitert, ist so die nächste Folie, das ist nämlich der Ausblick und da hat man schon für das zweite Quartal 2024 den Ausblick doch ziemlich stark gekürzt. Anstelle von 14,2 Milliarden Umsatz, den man erwartet hat, sollen es nur noch 12,6 bis 12,8 Milliarden sein und auch der Gewinn wird deutlich zurückgestellt. Anstelle 99 Cent sind es jetzt nur 82 bis 84 Cent und ja, mit diesen Zahlen ist man sogar unter dem Vorjahresquartal, was natürlich nie schön ist und da an der Börse die Zukunft gehandelt wird, wurde das entsprechend quittiert. Und auch für das gesamte Jahr wurde das Ganze ein bisschen zurückgeschraubt, nämlich von 57 bis 62 Milliarden Umsatz auf dann nur noch 53,8 bis 55 Milliarden und die Earnings per Share wurden jetzt nicht ganz so stark verändert. Da hatte man etwas mehr als 4 Dollar erwartet, 4,01 Cent bis 4,08 Cent und jetzt sollen es nur noch 3,87 bis 3,93 Dollar sein. Das ist natürlich nicht schön, der CEO hat das Ganze damit begründet, dass in den vorherigen Fatalen extrem viel bestellt wird oder wurde und das Ganze jetzt erstmal implementiert werden muss. Deswegen ist die Nachfrage ein bisschen zurückgegangen, man geht hier von einer kleineren Delle aus und dass das wohl dann auch wieder anziehen wird. Allerdings und da hatte Markus Kochen einen schönen Kommentar dazu, heißt das, dass Cisco noch keine Berücksichtigung irgendwie, dass der Markt schwächelt und einfach weniger gekauft wird, da hat einfließen lassen und es dann eventuell auch nochmal zu einer zweiten Korrektur kommt. Die sollte man dann auf dem Schirm haben, wenn tatsächlich die Wirtschaft jetzt abkühlt. Ja, nicht desto trotz langfristig gesehen und das sehen wir gleich im Aktienfinder, ist Cisco einfach eine Cashmaschine und deswegen auch eine schöne Ergänzung für mein Portfolio und da schauen wir jetzt als nächstes rein. Ja, und dann werfen wir zuerst einmal einen Blick auf die Umsatzentwicklung von Cisco, um so ein bisschen zu schauen, stimmt denn diese Aussage des CEOs, dass in den letzten Quartalen extrem viel einfach abgesetzt wurde und deswegen die Unternehmen mit der Etablierung zu kämpfen haben und da momentan an tun und machen sind und deswegen die Bestellungen so ein bisschen zurückgelaufen sind. Und wenn wir uns einfach mal stumpf die Umsätze angucken, dann sehen wir, dass Cisco jahrelang von 2003 bis roundabout 2013 ein sehr schönes Umsatzwachstum hatte und seitdem leicht schwankend das Ganze eher seitwärts läuft. Es gibt nach wie vor eine leichte Bergauf-Tendenz, aber ja, es ist eher seitwärts als bergauf. Und ja, jetzt im aktuellen abgelaufenen Finanzjahr bei Cisco 2023 gab es dann plötzlich einen Umsatzsprung von 10%, was sehr ordentlich ist und die Aussage durchaus bestätigen würde, wobei es natürlich schön wäre, wenn das nachhaltig ist und bei Cisco auch wieder ein gewisses Umsatzwachstum einsetzt. Man ist hier durchaus auch am Zukaufen von kleineren Unternehmen, hat jetzt auch wieder einen größeren Zukauf geplant, was dann hoffentlich dazu führt, dass wenn organisch hier nicht ganz so viel passiert, man halt durch Zukäufe dann ein gewisses Wachstum generiert. Ja, dann schauen wir uns auch einmal die weiteren Zahlen an und einen ersten Blick erstmal auf die Bilanz, die sieht man eigentlich bei Cisco sehr ordentlich aus. Man hat zwar Schulden von 7,6 Milliarden, denen gegenüber steht allerdings eine Cash-Position von 23,5 Milliarden, das heißt, das ist extrem aufgeräumt. Und eine sehr schöne Bilanz, die Cisco da hat. Allerdings ist man momentan dabei, auch eine etwas größere Transaktion zu machen. Man möchte Splunk kaufen für 28 Milliarden, die für Server- und Netzwerksicherheit auch Marktführer sind und dementsprechend dann die Schuldenlast etwas steigen dürfte. Aber bei dieser aktuellen Bilanz kein Problem für Cisco, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass sie nach wie vor eine enorme Tilgungskraft haben. Momentan sind es 11 Milliarden, davor war es ein Ticken mehr, 12 Milliarden und auch die Jahre davor waren es immer so um die 7, 8 Milliarden. Also das sind extrem stabile Cashflows, die Cisco hier vorzuweisen hat über einen extrem langen Zeitraum, was mir natürlich sehr gefällt. Ansonsten, was man auch noch sehen kann, ist, dass Cisco durchaus ein ordentliches Gewinnwachstum ausweisen kann. Das Dividendenwachstum ist in den letzten Jahren so ein bisschen langsamer geworden. Dafür ist die Ausschüttungsquote sogar wieder ein bisschen zurückgekommen, was ja auch nicht verkehrt ist. In den nächsten Jahren rechnet man weiter mit leichten Dividendenerhöhungen. Das gleiche Grunde beim Gewinn, der soll auch weiter leicht steigen. Und das Ganze liegt tatsächlich mit diesem Gewinnwachstum an mehreren Faktoren, weil wir sehen es auch hier, das Umsatzwachstum ist relativ behäbig. Allerdings konnte man über die letzten Jahre die Marge leicht steigern. Wenn man hier mal in der Vergangenheit guckt, ist man so bei um die 20 Prozent, war auch lange unter 20 Prozent Nettomarge. Und hier in der letzten Zeit war man dann in der Regel immer über 20 Prozent, 22, 23 Prozent. Und das soll in der Zukunft weiter steigern, sich weiter steigern. Müssen wir mal schauen, ob das tatsächlich dann passiert, weil das ist immer ein bisschen Glaskugel lesen. Und tendenziell ist dieser Sprung hier auch durchaus optimistisch. Und es gibt aber noch einen weiteren Punkt, wie dieses Gewinnwachstum pro Aktie kommt, woher das kommt. Und das ist die Anzahl der ausstehenden Aktien. Also wenn man mal hier schaut, im absoluten Hoch, 2002 waren es 7,5 Milliarden Aktien, die ausgestanden haben. Und jetzt sind es nur 4,1 Milliarden. Also fast die Hälfte an Aktien wurde inzwischen zurückgekauft. Das sind noch ein paar Jahre und dann ist das definitiv der Fall. Auch aktuell kauft Cisco weiter Aktien zurück. Und wenn dann der Kurs natürlich auch ein bisschen fällt, ist das nicht verkehrt, weil dann könnten noch mehr Aktien zurückgekauft werden. Ja, dann werfen wir hier nochmal einen Blick auf die Kursentwicklung von Cisco. Und ich habe hier tatsächlich einmal den gesamten Zeitraum seit der Finanzkrise 2008 berücksichtigt. Und man sieht es hier schon, hier war Cisco doch deutlich geringer bewertet, als es jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Und wenn man mal von 2011 anguckt, das ist so der letzte Tiefpunkt, den die Aktie markiert hat. Seitdem geht es langsam stetig bergauf. Und momentan kommt man eher wieder an der Unterkante an, durch halt die korrigierten Aussichten, die Cisco jetzt veröffentlicht hat. Und wenn man dann mal schaut, so seit 2017 hat es eine Veränderung in der Bewertung gegeben. Da wurde Cisco May sogar in der Regel sogar höher bewertet, als es der langjährige Schnitt ist. Und wenn wir mal kurz schauen, wenn wir einfach mal defensiv rangehen und den Schnitt nehmen, den Cisco erzielt hat, dann landen wir bei einem Wert von 57 Dollar. Und das ist aufs Jahr gesehen immerhin eine Rendite von 9,8%. Persönliche Dividendenrendite würde dann 3,6% betragen, 2026. Aktuell kassiert man 3,3%, was auch sehr nett ist. Gerade für mich als Cashflow-Investor. Und dementsprechend bin ich da doch sehr optimistisch aufgestellt, dass der aktuelle Zeitpunkt durchaus nicht verkehrt ist. Kann natürlich immer sein, dass es noch weitere Korrekturen gibt oder Gewinnwarnung. Das gilt aber ja auch für jedes Unternehmen. Und ich bin jetzt erstmal mit einer kleinen Position dabei und werde die dann, wie meine restlichen Positionen, auch Stück für Stück aufstatten. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.